Mein Großvater Otto Richtsnein hat 1947 hier am Simeonsplatz die alte Heereswäscherei übernommen. Mit der Gründung der Simeonsbetriebe wollte er seiner Familie eine sichere Zukunft bieten. Heute beschäftigen wir bei Sietext 2500 Mitarbeiter in zehn Standorten. Wir bieten Menschen aller Herkunft ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld, in dem sie sich entfalten können. Und wir unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Wir sind ein starkes Team und leben die Werte eines mittelständischen, familiengeführten Unternehmens, in denen jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leistet. So behaupten wir uns im Wettbewerb auch gegen nationale und internationale Konzerne.